Was tun Sie, um gesund zu leben? Bitte? Was tun Sie, um gesund zu leben? Alles das, was der Arzt sagt, mache ich nicht. Das ist wirklich so. Die Haare sind echt. Ich trinke gerne Rotwein, nicht täglich, aber regelmäßig. Ich esse vom Eisbein überall alles, mache allerdings relativ viel Sport und gehe seit genau neun Jahren, jedes Jahr, 48,7 Kilometer den Jakobsweg. Wirklich? Ja. Was gibt Ihnen das? Wie viel Zeit habe ich noch? Ich sage mal, jeder muss für sich selbst herausfinden, was es ist. Ich bin selbst in Spanien groß geworden. Ich habe also sozusagen spanische Wurzeln. Nach zehn Jahren kennst du da fast jeden. Und das Entscheidende ist, dass man, ich sage mal, wirklich über körperliche und psychische Grenzen hinausgeht. Und dann entdeckst du auf dem Weg Kräfte, sowohl psychische wie physische, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Und das jedes Jahr neu zu entdecken, ist einfach sensationell. Vielen Dank.